Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit meinem Bruder. Und zwar habe ich heute eine kleine Challenge für euch vorbereitet. Ey Leute, man, dachtet ihr ehrlich, dass ich so eine langweilige Challenge mache, man? Leute, und zwar prank ich heute meinen großen Bruder, man. Oh mein Gott, Leute, ich habe lange überlegt, das zu machen. Viele von euch haben es sich gewünscht. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Schau mal, genügend jetzt diesen Träschler und tust ihn rein. Mach da rein, Junge. Dann bist du dumm. So, machst du auf. Mach rein. Nicht so, der Träschler muss rausgucken. So, dann musst du rausgucken. Ich fülle da kein Wasser rein. Du musst dir, das Wasser musst du im Anschluss kriegen. Warte. So, du musst jetzt versuchen, leg dich auf die Stirn. Keine Angst, hier, halt mal fest. Ich habe geschwurter. Egal, ich halte drauf. Ja, Junge, guck, du nimmst das, die 10 Cent, und du versuchst, versuch mal das da rein zu machen. Du musst einfach da reinfallen. Und Tust, ich gebe dir 3 Versuche. Wenn du es schaffst, darfst du mich nicht mit dem Wasser anspucken. Wallah. Wallah. Okay. Mach den Kopf, hör dir los. Ich halte Versuche. Ja, das geht nicht. Probier, Junge, warte, mach den Trichter weiter raus. Gib mir. Ich mach besser. 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 Und ich hab ihn. Hey, das ist nicht so schlimm. Warte ab, mach ein Video. Und ich hab. Und ich hab. Also Leute, wie ihr sehen konntet, ich wollte dir ihm gerade Geld geben, sonst hätte er mich verprügelt. Und guckt euch einfach seine Hose an. Ja Leute, bevor wir zum Ende dieses Videos kommen, wollte ich nochmal gesagt haben, viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich nochmal die Challenge mit dem Boxhandschuh mache. Und zwar hab ich mir das so vorgestellt, dass ihr mir die Fragen stellt, sowohl bei Snapchat als auch bei Instagram, stellt ihr mir die Fragen und wir werden sie dann für das Video dort nutzen. Und ansonsten würde ich sagen, beenden wir das Video und ciao Leute.